Mit dem neuen Camper Edition weht eine frische Brise durch die Caravaning-Welt. Schon das einzigartige Außendesign inklusive dunkel getönter Fensterscheiben macht deutlich, dass hier ein selbstbewusster Trendsetter unterwegs ist. Entsprechend ist sein Innenleben geprägt von modernen Charakter, gradlinig gestalteter Möbel. Das frische Design von außen setzt sich auch im Inneren fort. Das sehen wir an den Möbeln. Sehr geradlinige Möbel, die dem aktuellen Trend auch folgen. Und eine sehr angenehme Möbeloptik mit einem warmen Apfelholzton. Wir sind hier in dem Camper Edition 550 SK, dem Familiengrundriss schlechthin. Was den Grundriss angeht, sind wir hier in dem idealen Familiencaravan. Das ist der Camper Edition 550 SK mit einer schönen großen Mittelsitzgruppe, einem richtig großen Küchenblock im vorderen Bereich. Das Elternschlafzimmer mit einem schönen breiten Bett und einem großen Toilettenraum mit viel Bewegungsfreiheit. Und sicherlich das Besondere, ein ganz eigenes Kindersimmer im Heck des Fahrzeuges mit Stockbetten. Mit einem besonders langen Bett für größere Kinder oben und einem etwas kürzeren Bett unten, wo ich dann aber daneben noch ein eigenes Wäschefach habe. Und dann noch separat einen eigenen Kleiderschrank für die Kinder. Das komplette Kinderzimmer kann mit einer Schiebetüre vom Wohnraum abgeteilt werden.